herzlich willkommen zurück zu rayman legends ja wir nähern uns dem finale denn hier haben wir 48 von 72 da müssen wir noch ein bisschen was machen der recker ist auch noch da ja wieder richtig frech der wursche erheiratet und hier ist was freigeschaltet worden da müssen wir noch mal eben reingucken ja hier ist wahrscheinlich time run hoffentlich nicht zwei auch einer perfekt nicht die wurscht keine wurscht bitte das wird wahrscheinlich so eng nein hast du gesehen habe ich davon dich geglitscht alter ein bisschen am schwitzen wegschauen was für ein lager was für lockt alter was für skill alter was für ag wir dadurch gelackt was für lag es war alles geteilt und aber egal ich habe 20 uns mehr ich würde sagen das ist komplett perfekt so dass ich jetzt sonst nicht okay die werden jetzt nicht viel machen aber sonst ich habe und nicht haben das ist natürlich junge das war sowas von durchgelebt erst mal glitschig dadurch bin ich vorne weil dann haben wir noch so ein speed mitbekommen ist einfach mal richtig schön durch was ich habe voll krass nachgelassen man ja aber echt jetzt dass wir den letzten paar zusätzlich schwächer muss ich sagen also deine stärke die du am anfang hat es ist schon weg bei ja hast du gedacht hat der luke der kann eh nicht irgendwie so guck ich sie immer aus dem dick draußen bin gar nicht draußen sein channel da rein gehst dann weg da muss ich kurz x drücken oder a oder so dann bin ich wieder da also das schreckt das schreckt die dinge ist nicht ausgegangen wieder für die das gibt es doch gar nicht irgendwie mag ich die teilwands die familien mittlerweile dann habe ich gewinne da fickt dich aber das habe ich nicht gehört nicht dein ernst ja klar ich schwöre ist wenn du gewinnst ich werde mir sowas schon die eier kastrieren wenn du gleich erst ja das ist das natürlich grün ist nein das ist ein lager alter dass das mit mein tag das ist lag einen der letzten pixel ja komm das war komplett lag war das das ist unglaublich wie du alles wieder bekommen aber immerhin war das das waren glaube ich 50 und das war nicht bis ansehen nee doch das ich glaube das war ich habe 35 und du hast irgendwie 15 gehabt und das ist mal die ordentliche freistellen wenn man rein freigeschaltet gehabt okay fünf scheitern scheitern ist nicht so einfach zu sein auf geht's mal gucken so dass ich wieder ich habe ich habe ich habe ich habe ich muss mich kurz wieder ran passen ja natürlich ja 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 alter Fuck. Komm her. Oh, ficken, alter. Du verlierst mich, ey. Ja, das gibt's doch gar nicht, alter. Ja, was ist das? Tschüss. Alter, ich... Wie sind die schon... Das ist nicht verarschen, man. Go away. Alter, wie kannst du denn schon da sein, alter? Ich bin dick, Junge. Was ist los? Leute sind drin, oh. Ja, ficken, alter. Ja, tschüss, alter. Friss meinen Stau. Das ist doch nicht normal. Kombo. Bam, 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 alter. Guck, wie du jetzt guckst. Oh, bist du wieder hinten. Das ist doch gar nicht. Was ist da los, ey? Nein, ich bin ein Kack-Lump. Oh, sagst du, du hast richtig viele Lumps? Scheiße, ja. Alter, wie ich da aus dem Tod noch gekommen bin. Tschüss. Ich machiała, Alter, hey, ich wurde die Guck. Ja, die Guck! Nein, wir sind alle produziert. Noooaiiiine! Alter, das hat mich jetzt richtig verwirrt, man. Die ganze... Die ganze... Die ganze Manipulation... Was für eine Hure, Alter. Jetzt kann er sich alle Points holen. Die ganze Manipulation und Stress, alles umsonst, alter. ich werde dir sowas von sterben jetzt gleich ich werde dir sowas von dir gönnen naja komm mach du mal den kuschelungs da ich hab einfach mal nur lums alter jetzt komm her alter du musst dich eliminieren jetzt komm ran alter ja ja jawohl alter frisse oh mein gott so was von richtigen warfett war das mit interesse war wie rost ja ja du bist so eine uhr und du kannst mich nur rausschauen wenn der lips schlagen kann ich auch machen dann machst du doch die ganze zeit mit mir alter kein ding kein ding ja kein ding kein ding fuck alter das ist mit staub alter mann immer das gleiche ich darf dich da nicht rausschlagen aber ich wieso kickst du mich als erstes immer dass habe ich auch gerade gesagt warum du hier mal raus gehst als erstes schon wieder alter nee du willst es nicht packen waa das ist schon wieder alter ich sag es richtig halt junge zack 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 Ooooooh ich krieg dich noch shit happens digger shit happens ja wahrscheinlich alter du 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 ey Was ist das denn für ein mieses Leben? Jawoll, Alter! Warte mal, Mann! Was war das denn gerade? Über eine Mauer schlägt, Alter! Das erinnert mich an irgendeine Serie von... Na, liest du mal hier! Wie ist denn diese Serie? Die sich immer so schlagen! Wer da haben... Auf jeden Fall... Oh, gibt es die Kakerlaken oder was? Ja, genau, genau! Die sind mich nur am Prügeln, Alter! Der Oldschooler... Ja, dann kommt es wirklich, dass du es jetzt durchschaffst, ne? Kann ich mal weiter, Liga? Nein! Nein, Alter! Nix da, Alter! Ah, ja... Alter, wir sind keinen Zentimeter weiter gekommen, das ist ja schon klar, ne? Oder müssen wir das auf einem Rutsch... Nein! Auf einem Rutsch, glaube ich, machen? Ah, geht das nicht? Ja, ne, ich hab probiert, ob das geht! Hä? Ne! Alter! Ach, weg, Alter! Ach, weg, Alter! Ach, weg, Alter! Jawoll, Alter! Tschüss! Das gibt es nicht, Alter! Oh, das war ein bisschen zu viel Speed! Jeff! Scheiße, ey! Halt drei Mom... Alter, das gibt es doch gar nicht! Wieso werde ich denn immer... Ja, weil meine Fäuste viel stärker sind! Was machst du eigentlich? Du hast, Alter, du hast keinen Kör... Was hast du mit... Wow! Das gibt es doch gar nicht, ey! Ja! Skill hat ich aber nicht! Ich kann nicht mehr machen als drücken! Ja, Skill, Alter! Was ist los? Warum tust du... Was hast du davon? Was hast du davon? Ja, dann bist du wieder von neu! Dann hab ich wieder neue Chancen! Ja, sehe ich, Alter! Ich geb dir keinen Lumpen rein, Willi! Du solltest du längst wissen, ey! Schon wieder! Déjà-vu! Na, zum Moment! Immer der... Immer der erste Schlick ist die Arschkarte, ey! Ja, ansonsten werde man aufhören, wenn es David... Alter, schon wieder das gleiche, Mann! Ich fall immer drauf rein! Scheiße, ey! Was hast du davon, Alter?! Was hast du davon, Alter?! Ah, fuck, ey! Wie der wieder... Ey, das geht nicht, ey! Hahahaha! Wieder trainen und trotzdem verlieren! Nein! Was bist du denn für dumme, Alter? Ich hab's ja gar nicht geschafft gehabt, Mann! Oh, fuck! Oh, Mann, ey! Du hast die genau... Dass die... Ich doch ausschlage, ne? Was?! Alter, oh ne Scheiße! Du kannst hier sowas von... Alter, meine... Meine ganzen... Mein ganzes Gamepad ist so schwitzig, Mann! Ist für die, sagst du? Ja, so richtig für die, Mann! Nicht schon wieder! Ich krieg dich nur... Pass auf jetzt! Du bist meine Hunde, Alter! Fick dich! Tschüss! Wie kannst du denn ständig, Alter? Du hast keine Reflexe und du hast... Junge, ich mach doch die dufte... Du hast die ganze Zeit! Du hast die... Schon wieder verloren! Du... Du... Ich bresst das! Ich muss nur einmal kurz drücken, oder? Und dann bin ich vorne! Ich versteh das nicht, ganz ehrlich! Ja, du hast kein Timing, Digga! Aber für das reicht's noch, ey! Nein, reicht's nicht! Was ist das, Alter?! Ich hab sogar alle Punkte bekommen! Am Arsch! Bye, Alter... Fuck, Alter, ich hab keine Ahnung, ich krieg den nicht. Tschüss. Das ist, das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein, Alter. Alter, wir sind hier schon 11 Minuten, ne? Ja, dann hör auf damit. Jetzt krieg ich... NEIN! Jetzt! 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 Du wolltest ja jetzt nicht sagen! Alter, jedes Mal! Was ist das denn für eine Scheiße? Weil du nicht sterben die ganze Zeit! Weil du nicht sterben genug bist! Ja, du hast doch wohl nichts, Junge! Guck mal! Riechst du das? Ja, du musst jetzt so frusten wahrscheinlich, dass du immer hinten bist, ne? Junge, Alter! Ja, guck mal, riech... Oh, mein Gott. Jawoll, Alter! NEIN! Fücken, Alter! Das geht so gar nicht, Alter! Alter, das geht so gar nicht, Alter! Alter, ich hab so keine Magenkrämpfe gerade, ne? Ich glaub, du bist ja auch ein Bot. Ich glaub, du bist ja auch ein Bot. Loll! Alter, ich glaub, die... Ja, das gibt's nicht. Ich glaub, die Leute werden sich das in eine Zeit lang reinziehen müssen, ey. Ja, tut mir leid. Also, ich... Ja! Ja, wie kann ich denn da rauskommen? Ja, wie kann ich denn da rauskommen? Alter, du bist doch ein Spaß, ne? Das ist unglaublich. Incredible Performance gerade von dir, Andrea. Das ist unglaublich. Wie er denn da rauskommt, ne? Und jetzt mal alle holen, ne? Guck mal! Oh, nice try, Digger. Maybe next time. Ja, next time, Alter. Ich fahre halt. Das gibt's ja schon die... Du wirst dafür bezahlt, du, dass du so fucking greedy bist. Guck mal, die top die ganze Zeit! Das kann nicht sein! Okay, da hab ich gefehlt. Scheiß Analog-Stick, ey. Was ist das denn, Alter? Fuck! Nein! Wie denn? Nein, fuck! Obwohl, das war ein Knut. Tschüss! Junge, Alter. Es soll wieder zurückgehen! Tschüss! Ja, du denkst wahrscheinlich, ich cheate oder so, oder? Junge, das kann nicht sein, Mann. Okay. Gar kein Problem? Das kann nicht sein, Alter. Ich kann so oft verkacken, wie ich will, eigentlich nicht. Ich bin immer vorne. Ja, und dann... Ich sterb immer, Alter. Ich fall immer darauf rein, weil ich so voll idiotisch bin. Alter, das ist... Das... Du sollst eigentlich schränkst einen Grabstein da haben. Was? Das ist... Grabstein. Digga, das bringt ja nicht. Was hast du denn, Alter? Ja, was machst du denn? Was? Alter, du bist so eine Hure. Meine... Die werden wegen der Stachel gestorben. Jawoll, Alter. Jawoll, Alter. Ich glaube sie wirklich. LOL! Nein! Was ist das denn, Alter? Erst mal drüber springen! Es meint totaler Ritter sein. Oh nein, ey, da bin ich durchgekommen. Das ist unmöglich, ey. Nee, 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 Andi. So nicht. Fuck, ich lebe auch noch, ey. Ach. Stirb, ey. Okay. Jetzt sagst du richtig hart, ne? So richtig. Wir haben... Neu... Stirb. Wie der nicht weiter... Weil der so... Ja, dann macht der nicht. Der ist so proud, weißt du... Dass er mich jetzt geholt hat. Richtig proud ist er jetzt. Ja, nix da. Darauf fahre ich mich rein. Alter... Ja, ja, sie... Ja, hm? Ja, hau mich nur weg, ey. Ja. Es gibt... Ich könnte... Alter, ich könnte... Ey. Fress mein Stamm, Digga. Ich friss jetzt. Nein, natürlich bekommst du das! Nein! Ja, Mann! Alter, ich gewöhne mich schon so krass an die Blase, ne? So wie ich am Anfang von einem Let's Play. Weißt du, das war mein Freund schon die Blase. Das ist doch... Du gefühlst dich! Weißt du, du hast schon diese Rotation, okay? Nein! Jetzt! Jetzt muss ich hochgehen! Hahaha! Jetzt muss ich hochgehen! Okay, ich muss dir... Oh mein Gott. Was jetzt schon? Okay, ja, die Blase kommt, ja. Fuck, Mann! Jetzt musst du hochmotieren! Das ist... Meine Rotation! Warte hier! Und ich bin hier! Alter, was bist du denn für einer, Mann? Und mein... Hier... High-Skill-Rotation, Alter. Nee, ey. Jawoll, Alter! Wow, Alter! Nein, das gibt's nicht, Mann! Wir waren schon lange nicht nur so weit. Ist das... Weißt du, was heißt, ne? Kann er verkacken? Nein! Lol, nein, bitte nicht! Bitte, Andi! Bitte nicht! Ah, du bist so eine Hure, Alter! Ich hoffe, du... Alter, wie kannst du schon über 100 haben, ey? Ja, weil ich alles gesnackt habe, Digga! Ja, jetzt hol dir nicht alles, Mann! Jetzt schwirr mal ne Runde! Ja, Alter, klar! Nein! Nein, bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Nein! Du hast es geschafft, ey! Das ist mein Run! Scheiße! Und wieder Blasen in Rotation! Wow! Nein! Ich bin so ein Wunder! Nein! Wie kann ich das denn? Nein! Du bist so ein Wunder! Nein! F***, Mann! Das kann nicht sein, Alter! Easy, Mann! Easy, Mann! Easy life! Ey, das liegt am Champion! Das kann nicht sein! Ja, wahrscheinlich! Du suckst einfach nur richtig hart, gerade! Ey, das liegt am Champion! Da kannst du mir noch was erzählen! Ja! Komm her, hier! Was ist los bei dir? Ich glaube, du liebst ein bisschen zu lange für mich! Ja, wahrscheinlich würdest du dir das jetzt! So einfach weggehen, Alter! Jetzt hat er richtig Rausch, ey! Jetzt ist richtig Party bei ihm! Oh, f***, Mann! Aber nur zwei Sekunden! Nein! Oh, Junge, doch! Nein! Nein! Ja doch! Nein! Tschüss! Alter, wie sind sie schon 18 Minuten unterwegs? Wir haben nichts erreicht, Alter! Und das ist ja nicht so, dass das schwer ist! Das Problem ist einfach, keiner gönnt einem irgendwas! Nein! Ich hole den raus, ich Idiot, Alter! Warum tue ich das, Alter? Der größte Fehler deines Lebens, ey! Der größte Fehler deines Lebens! Nein! Nein! Ja, du hast davon nichts, Alter! Ich auch nicht! Ja, glaubst du wohl, ne? Ja klar, ich stehe und boxe, ey! Oh, hallo! Fuck, Mann! Irgendwie nach oben rotieren! Nein! Okay, nie! Jums! Alter! Jetzt bitte nicht völlig bekacken, ne? Lol! Ich krieg dich doch, Alter! Dann kriegst du mich nicht, Alter! Dann kriegst du mich nicht, Alter! Dann kriegst du mich in den Arsch! Dann kriegst du mich! Lol, Alter! Boah! Jesus Christus, ey! Das kann nicht sein, Alter! Der Erste, der heute hittet, ist immer der Arsch, ey! Ich was wollte jetzt so! Ey, das kann nicht sein, Mann! Ich hab die noch nie so in der Blase gesehen, Mann! Nein, Alter! Was ist das denn, ey? Haha! Wie du einfach rüberjumpst, ey! Nein, what the fuck you call heißt, ey! Ja! Und down! Ja! Wie der einfach mal einen Lump hatte, ey! Das kann nicht sein, wie schnell ich immer sterbe, ey! Das ist... Unverdient ist das! Das ist einfach... Fuck! 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 Das ist doch so! Ja, Alter! Da komm ich durch, ne! Ah! Fies! Ne, scheiße! Oh! Belief! Belief ist der Hype, Alter! Nein, Alter! Dum dum dum! Oh, meine Hände, ey! Holy shit, Mann! Alter, ey! Da warte... Da warte die Kamera noch auf uns! Der geht nicht! Wieder nach oben rotieren, ne! WTF, Alter! Immer dasselbe, ne! Ne, schon mittlerweile normal, ne! Und die gleiche muss ich hier nach oben rotieren! Ne, so jetzt! Wir müssen hier nach oben rotieren! Hahahaha! Zu geil! Einfach nur zu geil! Das war ein Fehler! War das ein Fehler? War das ein Fehler? Ach, wecken, Alter! Was hast du davon? Was hast du davon? Was hast du davon? Ja, dass ich wieder verloren bin, dass ich eine neue Chance habe! Ja, hast du aber nicht wie jedes Mal! Mach dir keine Hoffnung, Mann! Was hast du davon? Ich weiß ganz genau, dass dein Tod wartet, ne! Ja, Alter! Welcher Tod, Digga! Scheiße! Jahrhundert! Jahrhundert ist viel zu viel, Alter! Jahrhundert ist viel zu viel, Alter! Jahrhundert ist viel zu viel, Alter! Dass wir töten! Dass wir völlig töten! Scheiße, Alter! Ich hab mir schon mitgenommen! Mahn- Ich hab mir nicht klein, dass ich keine Ahnung habe! Ja, das war der Weg. Wir sind der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Dann bin ich da, dann bin ich zufrieden! Diesmal der Weg! Oh mein Gott, so weit waren wir noch nie! Drei ist es zufrieden! Oh mein Gott, nur noch nie! Neeeein! Wir sucken so richtig hart nach dem... Wir sucken so richtig hart nach dem... Neei, nein, Sacken! Ja, da wollte er mich kicken, die Buse, Alter. Nein, was ist das denn? Du hast das viel zu schnell gemacht, tschüss. Rotation nach oben, ey. Ich war nach oben. Ich war noch mal. Wow! Nein, Alter! Ja, wenn man nach oben die Wand hochläuft, dann bringt das nichts. Was glaubst du wirklich? Scheiße, Alter. Na, scheiße. Oh, schlecht gesprochen. Dafür ist er bestraft. Das gibt's einfach nicht, Alter. Alter, bist du unzerstörbar, oder was? Ich hab einen Lump, Alter. Warum tust du das? Du hast dir selber keinen Gefallen getan. Klar, ich hab nur die ganzen Vorschriften, die du hattest, hab ich einfach eliminiert. Ja, den hab ich jetzt schon wieder. Und jetzt? Ja, war keine 100. Ja, pass auf. Die 100, die hab ich gleich. Wow. Wow, dat come back, Alter. Dat come back. Jesus. Was ist das denn mit dem? Nein! Nein! Doch! Nein! Boah, eigentlich die beste Runde. Ah, wie ist die abgezogen, die man nimmt, ey. Der Bursche, du. Nein, Alter! Nein, Alter! Fuck, 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 Alter! Hast du schon was davon gemacht, ne? Oh, ein Blech ist hier. Junge, Alter, ich dachte, ich geh hol das Ding jetzt, ey. Falsch gedenkt. Alter, geil. Nein, Alter! Du denkst, im letzten Moment du kommst durch, ne? Fuck, Alter! Oh, hier kann man so viele Loomis holen, ne? Das ist incredible einfach nur.